Oh mein Gott, Leute, wo ist der Ball? Wo glaubt ihr, ist der Ball? Könnte der Ball? Ich glaub, der ist auf D, oder? A und C und B? Oha, der wird getunnelt, das wäre lustig. Ich glaub, der ist auf D. Ja, das war einfach. Sehr cool. Next. Okay, ich glaub, der ist auf B. Oder auf A, auf C. B? Doch. Der ist auf B. Ich sag B. Was sagt ihr? Schreibt's immer in die Kommentare, Leute. B, B. Ja, wieder eins richtig, mega cool. Leute, wo ist der Ball jetzt? Ich sag wieder B. Der ist gerade, oder? Oh, der ist auf A. Auf A. Der ist auf A oder auf B? Ich sag B. Nee, A. Ich sag A. A. Oh mein Gott, der ist so ganz anders. Doch hab ich ihn echt überhaupt nicht erwartet. Oh mein Gott. Leute, hättet ihr das gedacht? Ich sag, er ist auf A. A? Ja, cool. Was für ein Ballsport spielt ihr? Schreibt's in die Kommentare, Leute. A. Oha, ist das ein Kind auf dem Feld? Ganz da oben, ne? Über C. Hm, keine Ahnung. Der hat ihn da gerade eben erst gekriegt. Oh nein, der ist auf B. Ich wollte gerade sagen, der ist bestimmt auf B. Oh no, das habe ich viel zu spät gesehen. Ich war abgelenkt. Okay, der ist schon ein bisschen weiter weg. Der ist bestimmt auf... Moment, ihr Blick ist eher so D, glaube ich. Ja, oh mein Gott. Voll gut, Leute. Denkt dran übrigens, ein Follow da zu hinterlassen. Sonst kommt eine Spinne vorbei, wenn ihr das nicht macht. Aber... Mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil dieser Community seid. Hm... Er ist auf B. B. Jawoll, richtig. Mega gut. Wo ist er hier? Wow, dieser Blick von ihm so. So voll konzentriert. Ich glaube, der ist auf D, oder? Ja! Oh mein Gott. Okay, wo Bälle sind, kann ich... Aber, ja, wir haben in einem anderen Video getestet, wie die Vereine richtig... Also die Logos von den Vereinen richtig aussehen. Und es war richtig, richtig schlimm. Ich sag B. Jawoll! Oh mein Gott, guck mal. Ich hab nur zwei falsch, Leute. Voll krass. Ich bin gerade voll stets auf mich. Was ist das? Ist das... Was ist das für ein Ballsport? Ist das Tischtennis? Hey, ich verstehe nicht mehr den Ballsport, Leute. Da weiß ich doch nicht, wo der Ball ist. Ihr guckt so weit nach oben. Bestimmt D. Hallo, warum kann ich nicht draufklicken? D? Ah doch. Und? Ja, aber wo ist der Ball? Ach, da unten. Also das hab ich jetzt nicht verstanden, das Letzte. Was ist das für ein Ballsport? Keine Ahnung. Wie viel habt ihr richtig? Wie viel habt ihr richtig? Bis zum nächsten Mal.